Was ist eigentlich GitHub? Sehr oft hört man als Entwickler den Namen GitHub und vielleicht hat der ein oder andere von euch auch schon mal eine Software von GitHub heruntergeladen. Was sich hinter den Namen GitHub aber wirklich verbirgt, das haben viele noch nicht so ganz verstanden und deshalb möchte ich euch heute mal eine kleine Einführung in das Ganze geben. Ich erkläre euch zunächst, was Git ist und dann zeige ich euch auch, was GitHub ist, was man damit alles machen kann, welche Vorteile es zu bieten hat und wieso auch du GitHub nutzen solltest, wenn du eigene Software entwickelst, selbst wenn du an dieser alleine arbeitest. Fangen wir also mal damit an, den Namen GitHub auseinanderzunehmen. Er setzt sich nämlich zusammen aus den Wörtern Git und Hub. Git alleine ist eine Software, die man für die Versionsverwaltung verwendet. Ist man mit dem Konzept, das sich dahinter verbirgt, allerdings noch nicht wirklich vertraut, dann kann man mit dieser Definition natürlich noch nicht wirklich etwas anfangen. Mit Git ist es ganz einfach gesagt möglich, mit mehreren Entwicklern an einem Softwareprojekt zu arbeiten, ohne dass es dabei zu großen Datenkonflikten kommen kann. Aber wie genau funktioniert das? In der Regel hat jedes Mitglied eines Entwicklerteams eine bestimmte Aufgabe und arbeitet an einem bestimmten Teil des großen Softwareprojekts. Würde man Git nicht verwenden, dann müssten alle Entwickler ihre Programmteile, die sie entwickelt haben, einer zentralen Person zukommen lassen und diese zentrale Person müsste all diese einzelnen Programmteile dann im Hauptprojekt implementieren. Das ist aufwendig, unnötig und wenn man mal Änderungen an einem Programmteil vornehmen möchte, dann ist die Gefahr sehr groß, dass man irgendetwas am großen Software-System kaputt macht. Mit Git wurde dieser Schritt der Zusammenführung aller Programmteile komplett automatisiert. Die Besonderheit an Git ist, dass mit jeder Veränderung am Programm eine neue Version für dieses erstellt wird und man zu jeder Zeit zu einer vorherigen Version zurückspringen kann. Man muss sich also nie Sorgen machen, dass man ein Projekt mit Veränderungen vollkommen zerstört, da man immer zu einem alten Projektstand zurückkehren kann. Wie können jetzt aber Entwickler mit Git zusammen an einem Projekt arbeiten? Dazu muss ich dir erstmal erklären, wie Git allgemein funktioniert. Um ein Projekt mit Git zu verwalten, muss man dafür erstmal ein sogenanntes Repository anlegen. Ein Repository ist in der Git-Sprache ganz einfach ein Projekt, das mit Git gemanagt wird. In diesem Repository befinden sich alle Dateien, aus denen das Projekt besteht. Jeder, der an einem Projekt jetzt mitarbeiten möchte, kann sich das Repository herunterladen und seine gewünschten Änderungen darin vornehmen. Man kann zum Beispiel Bugs fixen, neue Features einbauen oder einfach Verbesserungen am Code vornehmen. Ist man mit dem Vornehmen der Änderungen fertig, kann man einen sogenannten Pull-Request an das originale Repository machen und damit sorgt man ganz einfach dafür, dass der Besitzer des originalen Repositories die Änderungen, die man vorgenommen hat, begutachten kann und falls er damit einverstanden ist, dann fließen all diese Änderungen in das ursprüngliche Projekt mit ein. Das Ganze ist also im Grunde ziemlich einfach. Jetzt gibt es aber noch mehr Features, die Git zu bieten hat. Zum Beispiel die sogenannten Branches. Die Branches stellen im Grunde einfach nur die verschiedenen Versionen der Software dar, die man gerade entwickelt. Es gibt zum Beispiel einen sogenannten Master Branch, der immer die aktuelle, ausführbare und problemlos einsetzbare Hauptversion deiner Software beinhalten sollte. Sozusagen die stabile Version. Man kann aber auch weitere Branches, wie zum Beispiel einen Beta-Branch erstellen, in welchen neue Features enthalten sind, die noch nicht wirklich getestet wurden. So kann man dafür sorgen, dass es immer eine Version vom Programm gibt, die anständig läuft und andere Versionen, über die man neue Features erstmal sicher implementieren und testen kann. Ist ein Branch fertig entwickelt und getestet, dann kann man diesen in den eigentlichen Master Branch einfließen lassen. Auch wieder per Pull-Request. Du hast jetzt also grundlegend verstanden, wie Git als Software für die Versionskontrolle funktioniert. Was ist jetzt aber dieses GitHub? GitHub ist im Grunde nichts anderes als ein Git-Projekt-Hosting mit einer grafischen Benutzeroberfläche im Webbrowser. Man kann darüber Git-Projekte hosten, diese im Browser verwalten und vieles mehr. GitHub hat dazu auch viele Community-Features. Es gibt dort viele Open-Source-Projekte, an denen man mitarbeiten kann. Man kann sich Hilfe für eigene Projekte suchen und man kann GitHub auch als eine Art Cloud ansehen, in der dein Projekt immer sicher gespeichert ist. Es lohnt sich also auch, selbst wenn man alleine ist, GitHub zu verwenden, da das Projekt immer sicher ist und man dadurch die Möglichkeit hat, immer wieder zurück zu alten Versionen zu springen, falls man mal irgendetwas kaputt macht. Über Githubs Website kann man auch To-Do-Lists anlegen und erhält somit immer einen umfangreichen Überblick über die noch zu erledigende Arbeit am Projekt. Das war also mal eine kleine Einführung in GitHub. Ich werde dir das Ganze natürlich in einem späteren Video auch nochmal richtig zeigen und dir ganz genau zeigen, wie GitHub aufgebaut ist, wie man die Website bedient und so weiter und so fort. Aber das war jetzt einfach mal so ein theoretischer Einstieg in diese Thematik. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lassen würdest. Und falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir laden regelmäßig neue Videos zu den verschiedensten Programmierthemen hoch und falls das genau dein Ding ist, dann lass auf jeden Fall ein Abo da. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag und verabschiede mich. Auf Wiedersehen.